Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Minecraft-Mörder nach einer gefühlten Ewigkeit zusammen mit Zombie, German Let's Play und Maudado. Hallo. Los geht's. Hey, 12% Leute, Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Ihr Lust habt auf mehr Mörder, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ja, moin, moin. Sonst kommt Manuel zu euch nach Hause. Warte mal. Ich gebe die Fresse ein. Sorry. Was? Obwohl das Problem ist, die meisten Leute wollen ja, dass du zu denen nach Hause kommst. Oh ja, dann lau ich euch richtig an der Runde. Ja, die wollen von dir geschlagen werden. Ja, eben. Junge, dafür würde ich sogar was bezahlen. Jetzt tu mich so, als hättest du das noch nie getan. Pst, 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 Pst. Ich will dich umbringen, Manu, lauf. Oh Gott, oh Gott, ich hab mal hier hinein. Oh Gott, ich hab gesehen, wie er mit der Karotte umgebracht wurde. Es ist irgendein Typ mit gelben Haaren. Und rote Jacke. Gelbe Haare, rote Jacke. Emaille? Write it down. Emaille. Ja, da, ich sehe, er hat den Detective weggemacht. Warte, ich versuche den Bogen zu machen. Zu hohe. Oh, ich hab ein Gold. Palle, du kommst ja zu mir. Ja. Du sneek mich an. Wo ist der Bogen? Oh, da bist du. Hä, wo ist der Typ? Ich bin bei dir. Wo ist der Typ denn plötzlich hin? Er ist weggelaufen. Oh Gott, das ist so risky gerade. Oh, da ist die Karotte. Wo denn, wo denn, wo? Wo da, du? Ich nehm dir, Manu. Oh, cool. Du bist mein Lockvogel. Hä, ich bin dein Lockvogel? Lebst du noch? Ja, ich zwend dich irgendwie nicht. Du bist immer weg. Ja, dann komm runter. Ich bin runter die ganze Zeit. So, da, Zombie. Endlich, hallo. Okay, du musst irgendwie Lockvogel spielen. Ja, ich bin hier, ich lock den hier in den Raum rein. Komm hier rein, lock den rein. Richtig unfair. Okay, ja, aber wenn es schiefläuft, ich hab doch keinen Aim mehr. Oh Gott. Stell dich hier über den Gang. Er hat seine Karotte geworfen. Nach links. Okay, warte. Kommt er? Nee, er rennt weg. Okay, dann lass uns in die Offensive gehen. Okay, er ist da lang gelaufen. Da vorne läuft er. Ich ghoste, während ich lebe. Du darfst ja. Da ist er, da steht er, da steht er. Wo denn? Oh Gott. Ja. Zombie, du bist der. Bestes Team ever. Bestes Team. Er braucht einen Ohn. Ungewogen, wenn er gute Augen hat. Ja, nimm das. Kriegst du ja den Flutschfinger. Volle Kanne ins Gesicht. Kürbiszylinder. Ja, so ein Zylinder auf einem Kürbis sieht doch cool aus. Stimmt, das wäre voll cool. Voll stylisch. Und dann kriegt er auch noch einen Monocleter. Ja. Leute, malt bitte Team Kürbiszylinder. Okay? Gottes Willen. Team Kürbiszylinder? Ja, aber nur mit einem Kürbis und einem Zylinder. Das war's auch. Abo confirmed. Ja, aber vergesst nicht, dass unten rechts irgendwie Manuel und dann so ein Copyright-Zeichen da steht. Wieso? Also sorry. Ja, hab ich gerade erfunden. Du hast gar nichts erfunden. Ich hab das gerade erfunden. Also nicht. Hi, Kürbiszylinder. Ja, wir sind durcheinander gelaufen. Kürbiszylinder. Ich hab gerade deine Unterhose gesehen. Wenn ich jetzt gleich wieder ins Zins sterbe, ne? Ich hab gar keine. Wir sind ein gutes Team. Kürbiszylinder. Das ist ein scheiß Team. Willst du mich umbringen? Nein. Okay. Also du bist doch mein Teampartner. Mein bester Freund auf der Welt. Hi, Manu. Kürbiszylinder ist der neue. Kürbiszylinder. Das ist eine unsichtbar. Masken-Schneckchen, komm her. Hallo. Ich trink gerade Tränke. Ey, das ist halt auch viel geiler. Schneckentumor. Also so eine Schnecke mit einer coolen Maske. Schneckentumor. Ja, wieso hast du auch Tumor? Nee, Maske. Einfach Maske. Kürbismaske. Oh, Kürbismaske ist auch gut. Es klingelt an der Tür. Verteidigt mich. Warum sind wir denn nicht darauf gekommen nach all den Jahren? Ja. Ja, ich lebe noch. Leute, der DAL-Mann kommt jetzt gleich. Kann das sein, dass der immer kommt? Vielleicht darf ich ihm die Zeit aufnehmen, wo der kommt. Ach so, ja gut. Ja, das ist immer problematisch. Und der haut mich. Hilf mir, Kürbismaske. Das ist wirklich gut. Kürbismasken-Zylinder? Können wir nicht so ein... Oh ja! Hallo, Leute? Ja, das ist richtig gut. Ich bin hier noch ein. Nee. Die ist im Kürbis. So, warte, warte. Ich muss mal kurz... Ey, verteidigt mich mal bitte. Ich bin wirklich innocent. Kürbismasken-Zylinder. Manu, find Paluten, find Paluten, Manu. Wir müssen ihn verteidigen. Ja, ich bringe ihn davon um. Ich bin innocent, ja toll. Hier. Verteidigen. Da. Nee, nee. Hör dir! Nice. Glaubt ihr, Palette wird jemals hören, was wir hier gerade sagen? Ja, klar. 100%. Nee, ich glaube, der cuttet das instant weg. Wenn nicht, darf Paluten hören, dass er der beste Mensch der Welt ist. Na, würde ich jetzt nicht so sagen. Ja, du wirst ja auch nicht mehr mit ihm geschippt. Bin ja jetzt ich. Also, egal, was ihr beide noch in Zukunft machen werdet. Ihr werdet niemals die Fanfiction-Menge erreichen, die wir schon erreicht haben. Niemals. Also, sorry. Doch, wenn ich so ein Format mache, wo ich die vorlese. Nee, ich glaube nicht mal dann. Doch, 100%. Ja, aber keine qualitativ hochwertigen wie sonst, ne? Also... Ja. Und dann küsst er ihn auf den Mund. Peter. Und die Maske erstrahlte im Licht. So, Leute, da bin ich wie... Och, Mann! Warum? Ich bin schon seit 10 Minuten tot. Der Mörder... Ich nehme dir. Kürbis... Kürbiszylinder. Wer hat mich getötet? Der Mörder. Maudano hat dich umgebracht. Ihr Opfers. Guck nicht in die Aufnahme. Ja, guck da nicht rein. Hör dir jetzt nicht an, was wir da sagen. Wir haben... Also, du bist echt schön, ne? Was habt ihr gemacht? Nix. Mit... Kürbiszylinder? Nee. Schnickchen-Maske? Alter, was hab ich für Chancen gerade? Ja, sie sind auf 10% Mörder. Es waren ja auch nur zu viert. Kürbiszylinder, das kriegt ihr jetzt 20% Mörder auf. Hör auf zu heulen! Ich mag das, wenn du heulst. Das... Will... Also, du kriegst gar nicht sowas, sondern auch frisst deine Jungen. Bald vertragt ihr euch wieder. Ne. Ne. Hä? Ist die neue, die Map? Ne, es ist die Map bei Tag. Wow. Bei der warst du, sonst ist immer Nacht. Die Sonnenschein, ist das ne neue Map? Hä? Ist das echt so krass? Ist doch dieser Jarmark, da haben wir doch 10.000 Kunden drauf gespielt. Trotzdem. Und der Osterhase ist in der Mitte, statt der Statue. Alter! Achso, das ist so ne Osterversion in der Map, deswegen ist es so ein bisschen bunter. Ist schon wieder... Stimmt, ja klar, das sieht ja komplett... Das ist der Osterhase... Komplett jetzt nicht. Doch, komplett revolutioniert. Ne, das haben die auf jeden... Das ist doch nicht nur Tag. You died. Oh. Gut gemacht, Mörder. Wer ist der Mörder? Die Falltür. Wo man Geld bekommen kann. Ja, nice. GG. Der grüne Muskelvogel ist es auf jeden Fall nicht. Hey, da rennt man looten, jemanden hinterher mit nem Schwert. Nein! Ach, komm! So ne Scheiße, ich hab das aber auch immer wie so der hinterletzte Dulli einfach draußen. Ja. Anstatt, ich verstehe auch nicht, das kriege ich auch nicht mehr aus meinem Körper raus. So, du, du hast nen... Oh, du hast nen... Oh, scheiße! Schieß ihn ab. Das schaffst du. Alter, jetzt. Jetzt krieg ich dich. Bats! Zwei Leute mit nem Bogen einfach. Warum kamst du genau aus der Ecke? Mist! Pflau. Nein, nein, der fährt. Ja. Schade. Fang ihn nach hinten. Den kriegste, den kriegste. Du musst zur Haltestation. Schnell. Ja, hier ist der. Ja, genau. Der kommt da genau vor dir an. Ja, er ist tot. Boah, traurig. Der arme Junge. Ich hätte nicht gedacht, dass der weiß, dass ich der Mörder bin. Der hat das aber auch echt super schnell gezückt und dann flatscht. Ja, das hat er echt gut gemacht. Aber egal. Und was tötest du mich instant am Anfang? Das war so eine Genugtuung. Warum ne Genugtuung? Du hast scheiß über mich gelabert, Bogen. Hab ich gar... Ich hab dir vorhin ein Kompliment gemacht. Also, weg war das. Hast du nicht. Hä? Nee, hab ich. Nee. Ich hab das Kompliment gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich euch glauben kann. Manu hat gesagt, ihr habt die meisten Fan-Fictions. Ja. Ja, gut. Das ist ein Kompliment, oder? Das ist ein Kompliment, oder? Ich hab ja in so vielen Parts schon so oft gesagt, Minioa! War das jetzt ein Zitat? War das jetzt ein Zitat? Oh, da bist du gestorben. Minioa! Also, ich hab nichts gemacht. Ich bin innocent. In so vielen Parts hat das gesagt, Minioa! Oh, Mann, da... Oh, Mann, da... Oh, Mann, da... Hä, wer? Wie Tom, ey, das dringend gesehen hat. Das sah so geil aus. Voll so... Hallo. Oh, wow. Wow. Weißt du, ganz ehrlich... Das machst du mit meiner Warnung. Sonst ist Tom, ey, immer so... Ja, ich hab jetzt hier schon 10 Gold, schießt einen Bogen. Und jetzt versucht er, auf dieser komischen Balustrade vor ihm wegzulaufen. Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Jetzt hol ich ihn. Jetzt hol ich ihn. Ich will nicht 10 Minuten wegrennen, das ist immer so eng. Lieber schnell sterben. Lieber schnell sterben für Maudadol. Tappertes Schwert schlucken. Aber ich will nur Palutens Schwert schlucken. Also, also... Hallo? Ich muss das vorantreiben. Hä? Naja, das Zitat von eben kommt es nicht ran, ne? Wenn ihr... Ja, was soll ich denn machen? Maudadol hat mich in dem Moment umgeklatscht. Ja. Hüi. Hüi. Schau, schau. Oh, Alter, was für ein Move. So ein Trottel. Was für ein Move, Maudadol. Oh, halte. Der hat einen Detective-Bogen, ist das Problem. Ne, ne, hat der nicht. Doch, genau. Wenn du von einem Minecraft-Steve umgebracht wirst, das wäre einfach eine einzige... Warte. Oh, warum rennt der weg? Oh. Er ist einfach ein Genie. Alter, er ist der Außerbete. Mach doch was. Oh, Alter. Steve, ey. Einer rennt rum und einer... Du hast ne Karte. Er hat doch ne Karte jetzt. Ja, aber wie gesagt, der eine war echt ekelhaft. Ich kann keine Karte lesen. Alter. Das ist doch nicht dein Ernst, Alter. Man sieht denn so volle Kanne von... Oh nein, das war die Detective-Bogen. Jawoll. Guten Tag. Ach, die Map. Obwohl, angeblich soll die nicht mehr verbuggt sein. Ach, das schreiben die jedes Mal. Ja, aber ich vertraue denen. Ne, ich nicht. Haben die schon zehnmal geschrieben, war immer noch verbuggt. Okay, wir gucken. Ihr seid alles Betrüger. So, Leute, dann lasst doch mal direkt eine Runde fahren. Ja. Was gibt's denn hier? Oh, ein Lift. Ich bin schon drauf. Brauche ich dafür ein Gold? Ah. Nein, nein. Hallo, hallo, hallo. Man braucht ein Gold, um den zu benutzen. Nö. Einfach drauf. Ah, grüner Kopf ist Detective von Creeper-Kopf. Okay. Oh, nein. Nein, warte. Hä, Zombie. Was? Was denn? Der hatte eine... Ach, der hatte eine Schaufel. Ach so. Hä? Ich habe keine andere Schaufel. Nein, Zombie. Zombie ist es... Nein, nein, nein. Nein, nein. Der andere. Ach so. Ich dachte, er wäre der Mörderer. Ah, okay. Wir sind alle tot, wir können reden. Ja, ja. Toll, was ist das denn für eine Finte? Das war voll perfekt. Vor allen Dingen, ich habe es null gecheckt. Ich habe nur plötzlich... Zombie hat sein Schwert. Und ich sehe da Manual mit dem friggen Detective-Bow. Nee, doch eine Schaufel. Doch keine Schaufel. Das war der andere Manual. Ach so. Der andere Manual? Es gibt zwei? Also muss ich noch ein Manual töten. Ah, stimmt. Schau mal, der Detective. Jetzt wissen wir. Nee, Moment. Der Schaufel ist. Warum hat die Runde so wenige Spieler? Ach, sie doch. Aber Bayern Gaming schafft das. Hier kann man eine Schaufel. Los, Bayern. Bayern, äh. Bayern. Stern des Südens. Du wirst niemals untergehen. Nein, ich bin kein Bayern-Fan übrigens. Ach das denn? Ich bin von keinem Team-Fan. Das ist doch von meinem. Oh, oh. Oh, oh. Alter, Zomme. Der Einzige, der am heutigen Tag hier, äh, ne... Mein erster Riss seit 100 Folgen, ja. ...gewonnen hat. Trotz seiner teilweise doch sehr extravaganten Aussagen. Alter, Junge gibt ein Schwert her. Die mich, die mich, die mir natürlich schmeicheln. Aber das sagt er zu jedem. Aber mich, mich auch ein wenig verwirrt. Ab der nächsten Folge bin ich nicht mehr dabei. Ich verstehe schon. Oh, Tür klingelt. Jetzt bin ich mal mit der Post rein. Lol. Ey, warum immer während der Aufnahme? Wow, wie er einfach meinen Spruch klaut. Bei mir hat es noch nie an der Tür geklingelt. Ja, ich mein, Behoff hat damit nur einen ganzen Part gefüllt, aber ey. Das ist echt ne gute, gute Zeit. Das war ne geile Zeit. Hö, zum Erz sich bewegt. Ich muss Einkauf hochtragen, aber ich töte gleich einen. Warte, ich töte den mit dem Keks und ich bin Detective. Dann kriegt ihr den Bogen. Ah ja, mach. Mach, mach. Ja, ich muss erst den Bogen bekommen. Mach, mach, mach doch. Nein! Ihr seid solche Lutscher. Hey, ich will den kommen. Ich will den kommen. Oh nein, ich laufe doch schon. Ich laufe doch schon. Oh Gott, ja, jetzt kann er gleich wieder böllern. Och, was ist denn das? Och, Junge. Maudado. Maudado. Du rennst mir gar nicht hinterher. Ne, ne. Ah, ich sehe Manuels Klon. War nur ein Witz. Ja, da habe ich gerade auch ein Schwert hingeböllert. Ach komm, was soll's. Ich will den Bogen, der da liegt, aber Manu geht da nicht weg. Ja, der Camp. Ich kenne gar nicht. Manu holt gerade einen Bogen. Ich will mich vom Manual tücken lassen. Das wäre cool. Nein, Manu hat sich nicht getragen. Guck mal, wie sie alle wieder weglaufen. Mann, ich treffe dich nicht. Hallo. Hi, kenne dich. Ich kenne dich auch. Von Miene Graf Friedem. Oh nein, nein. Ja. Du warst doch ein Protagonist in Miene Graf Friedem, oder? Ja, ja, klar. Das war ich. Da war ich dabei. Oh. Nein. Du hast uns gerecht. Oh, Scheisschneckchen. Du bist eine absolute Maschine. Was, ein Schneckchen? Sorry. Dafür kriegst du gleich einen Kutzer verpacken. Kürbisschnäckchen. Okay, Leute, das war's mit einer kleinen Folge von Minecraft. Wann, hast du da gerade runtergefallen? Nein, nein, nein. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like, wenn ihr Bock auf mehr habt. Schaut bei den drei Jungs vorbei. Und da sind alle verlinkt. Lohnt sich vorbei zu schauen.